Komm mit, komm mit mir ins Abenteuerland, auf deine eigene Reise. Komm mit mir ins Abenteuerland, der Eintritt kostet den Verstand. Komm mit mir ins Abenteuerland und tu's auf deine Weise. Deine Fantasie schenkt dir ein Land, das Abenteuerland. Interessant ist die Oberbilzgauer. Im Kreisverkehrabfahren auf Felbertauernstraße. Und genau, das ist das Schöne und Interessante am Gleitschirmfliegen. Man kann seine eigenen Abenteuer kreieren und erleben. Und wenn man sich nicht genau die fliegerischen Modiberg aussucht, dann ist man, so wie wir, am Anfang September in die Dolomiten allein unterwegs. Wie man zuerst gesehen hat, war die Wetterprognose für die drei Tage in die Dolomiten sehr, sehr gut. Und deshalb haben wir ihn sehr kurzfristig zusammengekommen und sind aufbrochen Richtung Silian. Ich war am Turntaler noch näher oben und deshalb wollte ich unbedingt da oben einmal fliegen gehen. Einige Stunden ist man von uns daheim schon unterwegs und somit sind wir gegen drei Uhr am Mittag am Startplatz gewesen. Am Anfang waren wir uns einmal nicht sicher, ob wir nicht am falschen Startplatz sind. Laut Wilkenbütt war da ein ganz schöner Nord drinnen. Weit und breit waren keine anderen Paraglider zu sehen. Und das auf einem Berg, wo eine Flugschule im Tal stationiert ist. Wir haben uns deshalb die Wettersituation noch einmal gemeinsam genauestens angeschaut und sind dann zu dem Schluss gekommen, dass es wahrscheinlich sportlich sein wird, aber fliegbar. Wenn wir dann in der Luft waren, hat sich unsere Prognose bestätigt. Ein richtiges Ziel oder ein Stricken haben wir uns da nicht vorgenommen gehabt. Wir wollten uns da bei dem Flug einfach einmal ein bisschen an die Verhältnisse gewinnen. Wobei ich natürlich schon im Hinterkopf gehabt habe, wenn es richtig gut und hoch geht, war mein Plan, gleich zu den drei Zinnen reinzufliegen und nach Möglichkeit gleich einmal drüber zu fliegen. In den drei Tagen wollte ich unbedingt einen Überflug über die drei Zinnen schaffen. Ein Fliegerfreund von uns hat das vor zwei Wochen geschafft gehabt und wir wollten das wiederholen. Da seht man übrigens unseren ersten Wendepunkt an dem Tag, das Dublacher Pfannhorn, ein Grenzberg zwischen Österreich und Italien. Wie ich ja schon erwähnt habe, war es da sportlich da drüben auf der Südseite. Darum bin ich nach Hand umgeflogen Richtung Helm. Der hat da so richtig schöne Nordwestkanten, wo ich mich gerade oberhalb befinde. Der Hang war schön im Luft. Und somit ging zuerst sehr gemütlich zu fliegen. Da ich nicht gar so hoch angekommen bin, war es am Anfang ein bisschen eine Sucherei. Aber wenn man dann die Heichen vor der Bergstation gehabt hat, dann ist richtig klasse weggegangen. Auf dem Grat, den wir da zurückfliegen, läuft übrigens die Grenze zwischen Österreich und Italien. Aus derer Sicht ist rechts Österreich und links Italien. Da sieht man Siljan und da vor uns sieht man die Hohlbrucker Spitze. Einige Kilometer hinter der Hohlbrucker Spitze haben wir dann umgedreht. Und dann sind wir da sicher so eine Stunde auf den Topf geflogen, weil da ist richtig klasse gegangen. Die Basis war um die Zeit auf 3.300 ungefähr. Und nach einer Zeit hat es mich dann auch nicht mehr gefreut. Da sieht man übrigens die drei Zinnen. Und ich bin einmal in die Richtung rumgestarrt. Als ich dann da rumgeflogen bin, war mir schon klar, dass das eher ein Zufallstreff ist, dass ich da drüben um die Zeit noch wegkomme. Das war einfach schon viel zu spät. Die Seitenteller waren schon total im Schatten. Da kann einfach nichts mehr gehen. Aber wir haben ja nichts zu verlieren gehabt. Und probieren geht über Studieren. Der Chris hat mich begleitet. Der Simon hat am Gipfel einen dringenden Termin gehabt. Und ist deshalb abgesperreilt. Über 6. ist da eine ganz schöne Dreckwärmung. Aber wenn es hoch geht, dann dürfte es eigentlich schon machbar sein, dass wir da rumgekommen. Somit haben wir an dem ersten Tag gleich schon einmal ein Rendezvous mit dem Schroffenberg der Dolomiten gehabt. ist da einarla inquiet. Und wir schauen es schon mal. Und wir schauen uns weiter, um dieresponsen. Es ist da, wenn wir da mit einer Glührebe wiederholfen. Und wir schauen uns mal an. Und wir schauen uns mal an. Wir schauen uns mal an. Und wir schauen uns mal an. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Die braun abgestorbenen Bäume unter mir sind das Ergebnis des starken Borkenkäferbefalls in Südtirol und Osttirol. Ab Matrei war das erschreckend zu beobachten. Teilweise sind bis zu einem Drittel der Wälder kaputt. Da kann es noch mal zu riesigen Problemen kommen in Zukunft, da auch der Schutz zu stark befallen ist. Die Starkwindeereignisse, der Schneedruck und die Hitze der vergangenen Jahre haben die Vermehrung des Buchdruckers massiv begünstigt. Man kann der Bevölkerung nur wünschen, dass sie das Problem so rasch wie möglich in den Griff bekommen. Aber wieder zurück zu unserem Flug. Da sind wir gerade in Silian Glant, haben noch gut gegessen und dann in einem richtig coolen Zimmer, ist ich gut ausgeschlafen für den nächsten Tag. Gehen weg. Das ist sogar ein Rallfahrverbot. Also sind wir richtig. Okay, wenn ich filme, ich brauche mir ein paar Fäsche drauf, ein paar jüngere. Die Gegend ist einfach nur schön. Ich muss ja echt an meinen Rundblick machen. Hier ist es denn zu viel trunken. Vielleicht schlecht ist mir, wohne ich mich einmal dran. Im Hintergrund die drei Zinnen. Die Basis ist noch sehr tief. Und wenn man sich in den Wilkenfersatz anschaut, sieht man, dass du ein deutlicher Ort drinnen war auf dem Tag. Wir haben damit gerechnet, dass im Laufe des Tages die Basis du deutlich steigt. Unser Plan war, zuerst einmal schauen, dass wir rumkommen. Jetzt sind die drei Zinnen. Und da drüben wollten wir einfach einmal abwarten und schauen, was passiert. Wie sich der Tag so entwickelt. Nach dem Start war die Thermik eher schwach. Aber mir hat das eh ganz gut gepasst, dass wir da im Lee herumgeflogen sind. Durch den Nordwind war die Thermik Richtung Tal zurückversetzt. Deshalb war dann die Sonne fliegen in Richtung Zinnen relativ einfach, da der Wind da ganz schön angeschoben hat. Da drüben war es dann gemütlich und ruhig. Und es hat sich ein ganz mystischer Flug, weil wir ein bisschen in die Wolken drinnen ergeben. Vorher noch, also da wo ich jetzt gerade bin, oberhalb vom Startplatz, hat man sich die Hechen schon verdienen müssen. Und wir haben da sehr aktiv fliegen müssen, damit wir den einen oder anderen größeren Klopper verhindern. Was sch. Der Klopper. Aus. Der Klopper. Aus. Der Klopper. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Am Ende des Tages habe ich mir nach dem schönen Flug schon ein Landepärchen vergunnt. Der nächste Tag hat bei mir mit einem sehr, sehr schlechten Start umgefunden. Das habe ich jetzt raus verschneiden müssen, weil ich da ziemlich geflucht habe. Der Start war nicht ausdrehen, sondern auch gefährlich und geschuld war ich nur selber. Was habe ich falsch gemacht? Der Wind hat schwach aufgezogen. Links habe ich ganz einen kleinen Verhänger gehabt, aber das war jetzt nicht das Problem. Der Hauptfehler war, dass ich mich dann gleich einmal eingesetzt habe. Durch das bin ich durchgesackt und bei den Felsen gestrafft. Mein Glück war nur, dass ich den Boden noch ganz leicht gestrafft habe. Der Druck im Schirm ist erhalten geblieben. Weil wenn mir da der Schirm zusammengefallen war, wäre ich da so 5 Meter über so eine Felswand glaube ich gefallen. Dass mir sowas noch passiert, das hat mich echt geärgert und hätte mir bald den nachfolgenden echt schönen Flug verhunzt. Aber gut, aus Fehlern lernt man ja bekanntlich und ich hoffe, dass mir das nicht mehr passiert. Zurück zu dem Tag bzw. Flug. Am Vortag hat es in der Gegend einige Gewitter gegeben. Wie immer gegenein am Startplatz oben waren, sind von Nordwesten der Ausläufer der Gewitter dahergekommen. Und es ist ziemlich schwarz gewesen. Im Hintergrund haben wir zwar gesehen, dass es wieder blau wird. Das Problem war aber, dass der Wetterdienst prognostiziert hat, dass ziemlich schnell labellisieren anfangen sollte. Somit ist unser Zeitfenster sehr klein geworden. Und nach dem Start ist es total schwach aufgekommen. Ich habe es ein bisschen besser erwischt gehabt als wie der Chris und der Simon. Und bin dann aber auch gleich einmal ziemlich tief Richtung Zinnen rumgeflogen. Da drüben war ein echter Kampf. Das kommt da beim Film gar nicht so raus. Und ich war ein paar Mal schon echt erfunden. Da hat sich aber dann meine Wartnäckigkeit bezahlt gemacht. Und irgendwann hat es durchziehen angefangen. Und ich habe ein gewisses Heichen gemacht, dass ich da so im unteren Drittel der Wand angekommen bin. Meine Überlegung war, dass ich knapp zur Wand zugefliege und mit dem Nordwestwind einmal ein Stück aufsaue. Das hat auch gut funktioniert. Und der Flug so neben der hohen Wand war schon etwas ganz besonderes. Deshalb habe ich die Sequenz nicht zusammengeschnitten, sondern in der Originallänge lassen. Einfach als Erinnerung für mich. Und damit man das Feeling auch ein bisschen mitkriegt, das man hat, wenn man neben so einer hohen Wand fliegt. um Untertitelung des ZDF, 2020 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 Spannende Musik Abwee, holen Sie uns auf die Akshow. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Der nächste Mal. Wir sehen uns beim nächsten 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 Mal. Tschüss. Tschüss. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.